Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Wusstest du, dass es in der Biologie nicht nur wichtig ist, neue Informationen durch Experimente oder beim Mikroskopieren zu gewinnen? Ebenso bedeutend ist es auch, bereits vorhandene Informationen zu nutzen. Solche Informationen findest du zum Beispiel in Texten deines Biologiebuches, in Lexika oder natürlich im Internet. Sicher ist es dir nicht immer bewusst, aber auch du nutzt tägliche Quellen, die dir Informationen geben, ob für die Schule oder in deiner Freizeit. Um dir für dich bedeutsame Informationen zu einem Thema noch besser beschaffen zu können, lernst du in diesem Video, wie du richtig mit Quellen arbeitest. Dabei werden wir dir zeigen, wie und wo du dir verlässliche Informationen beschaffen kannst und wie du mit der 5-Schritt-Lesetechnik Informationen herausarbeiten kannst. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.